Der mit der stroveligen Frisur erscheint mir irgendwie verdächtig zu sein. Ach, Unsinn, Maurice. Kommt schon, meine Freunde. Sagen wir, die Weicheiern, guten Tage. Auf den Schultern seiner Untertanen stehend, lässt sich King Julian auf die Lichtung tragen, während Maurice seine Hoheit ankündigt. Hier ist seine königliche Hoheit, unser lauchter König Julian, der 13., selbsternannter Herrscher mit den Muren und so weiter und so weiter. Hurra, Herrschaften. Was soll der sein? Der König der Meerschweinchen? Ich glaube, das ist ein Eichhörnchen. Willkommen, ihr Riesenweicheiern. Ihr seid herzlich eingeladen, euch in meine Glanz zu Sonne. Eindeutig Eichhörnchen. Ja, Eichhörnchen. Wir danken euch mit der enormen Dankbarkeit dafür, dass ihr die Hossers verjagt habt. Wer, die Hossers? Die Hossers. Die belastigen uns an andauernd, indem sie bei uns drängen, unsere Party storen und unsere Gliedermasse abreißen. Ja, hört sich gut an. Wir wollten eigentlich nur wissen, wo hier die Menschen sind. Oh, wow. Wer zum Geier seid ihr? Ich bin Alex. Der Alex. Und das sind Gloria, Marty und Melman und... Und von wo kommt ihr Giganten her? Wir sind aus New York und wir... Gegrüßt seien die New York Giants. Die New York Giants! Ich schlage vor, wir fragen jetzt diese Dumpfbacken, wo die Menschen sind. Hallo, wir Dumpfbacken haben die Menschen. Oh, hey, die Dumpfbacken haben die Menschen. Oh, tja, gut, toll. Puh. Die sind da oben. King Julian deutet auf einen riesigen Dschungelbaum. Ganz oben in der Krone hängt ein Flugzeugwrack. Darunter baumeln zwei Skelette. Sind die Menschen nicht der Tolle. Allerdings stecke keine Lebe in sie. Oh, wow. Wow.